Auf mein Kommando. Okay, lasst euch mal zurückfallen. Wir machen jetzt mal auf, damit wir mehr Spielraum haben. Okay, der Spielraum war keine gute Idee wahrscheinlich. Nicht zurückweisen. Tote in Feinden. Ich rieche Blut. Nicht zurückweisen. Vor allem da kommen jetzt wieder Klingenweber und alles. Ein Gegendangriff. In Deckung. Auf meinen Befehl. Mich zurückweisen. Hier. Schnell. Okay, lasst euch hinter die Defense Slide zurückfallen. Nein, da kommen nämlich immer mehr frische Gegner. Mich zurückweisen. Ein Gegendangriff. Lasst euch zurückfallen. Ich rieche Blut. Eins und drei. Eh. Auch gut. Zu den Waffen. Okay, noch ein Brander, der sich geopfert hat. Mich zurückweisen. Ich rieche Blut. Mich zurückweisen. Okay, ein Veteran, der sich noch geopfert hat. Mir nach. Ja. Geht euch vor. Klammbrüder zu mir. Okay, durch den Pass durchzukommen, können wir vergessen. Ein Gegendangriff. Zu den Waffen. Tue, wie wir befohlen. Wo sind die Gegner? Was liegt an? Warum habt ihr mich gerufen? Okay. Eins und drei fehlen jetzt. Eins und drei. Na, das geht noch gut auf. Hier bin ich. Ich meine, Meister. Ja. 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 einer riesen Horde. Ich muss die Eiscule bis jetzt langsam mal loswerden, denke ich mal. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger! Zu mir! Stand halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Sie sind schon in der Stadt? Hier bin ich, Meister! Geile Meister! Sofort, sofort! Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Da haben sie sich schon wieder auf meine Arbeiter abgesehen. Das sehen! Für den Clan! So, ich denke, wir können den nächsten Versuch wagen. Ja, geht euch vor! Ja, geht euch vor! Schnell! Sofort! Die Anspielung finde ich übrigens toll. Ihr könnt nicht vorbei, sagt der Orc-Titan, der ein bisschen so ähnlich aussieht wie der Balarock. Zur Ehre Aronius! Ein Gegnerangriff! Clanbrüder, zu mir! Da kommt schon die nächste, Chris, bitte! Zur Ehre Aronius! Da kommt schon die nächste, Chris, bitte! Ein Gegnerangriff! Hier! Sie verlagern unsere Stab! Clanbrüder, zu mir! Clanbrüder, zu mir! Mir nach! Oh! Seid ihr froh? Meister! Sofort, sofort! Der muss neu aufgebaut werden! Sie verlagern unsere Stab! So, der da macht es noch weg. Sofort! Alles, was ihr wünscht! Das heißt, wir müssen hier auch... Das ist leicht! ...noch ein bisschen... ...und zwar stärken, wenn sie hier auch noch angreifen wollen. Schnell! Auf meinen Befehl! ...die meines Ernst! Wie kann ich dienen? Die meines Ernst! Also gegen die Golems? Auf mein Kommando! Meine Orks zum Glück eine gute Fiktion! Und los! Sie sind schon in der Stadt! Ich bin ungewöhnlich! Der Meister! Habt Geduld, Meister! Meister, ein Überfall auf die Stadt! Ach! Sie tun mir weh! Auf meinen Befehl! So, ihr beide, ihr reißt mal den Knoten hier ein. Damit wir den schon mal los sind. ... Ein Gegenangriff! Ich rieche Belud! Ja! Ein Gegenangriff! Auf mein Zeichen! Für den Klan! Tote in Feinden! Meister, das Gebäude ist fertig. Hier bin ich, Meister. Ich will nicht sterben! Ja, Meister. Ah, ah, nein! Mal sehen, was habe ich verloren. 2, 1. Klambrüder, zu mir! Sie meinen es ernst! Entdeckung! Ich bin ungewöhnlich. Sofort, sofort! Ich heile, Meister! Meister, ein Überfall auf die Stadt! Auf mein Kommando! Und los! Was verlangt mich schon da? Ich heile, Meister! Meister, helft mir! Meister, ein Überfall auf die Stadt! So, dann gucken wir uns mal... Hier, sofort! ...um, wo weitere... Schnell! ...eisgut im Knoten sind, weil die hören ja auch nicht auf, anzugreifen. Meister... 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 Da unten scheint was zu sein. Auf mein Zeichen! Mir nach! Hier bin ich, Meister Habt Geduld, Meister Jo, hier ist noch ein Knoten auf jeden Fall Auf mein Kommando Vorwärts Eisgeist, okay Heldmonument Auf meinen Befehl Die meinen es ernst Tote in Feinden Habt noch einen Veteranen verloren Auf meinen Zeichen Ich bin unwürdig Ich torche, Meister